jetzt bin ich wieder da unten wo ich gestartet habe jetzt kann ich warum kann ich jetzt sagen öffnen okay einmal anständig einmal mit profis die oberfläche hat sich ja komplett geändert alter schwede ich gar nicht mehr drauf klar was ist denn los warum wechselt baum unter dem auto ja ich hab mein kaffee schon hier und ich freue mich auf den vormittag mit den beiden hier was haben wir tag acht tag nach der horde wir haben wunden geleckt meinst nicht ja ich habe gerade auch das mal i gedrückt anstatt aber ich habe ich habe meine samen was 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 ich habe das in meiner hose jetzt nicht schlecht danke wünsche noch schönen tag was wenn wir heim wenn wir alleine auf dem ich denke ja wohl eher nicht agave huave ginger ich will ginger ich will ginger warum kann ich das nicht machen da muss ich an die werkbank vorne gehen schon wieder überfordert und was für eine werkbank meinst du verrate ich dir nicht ich bin eh nicht zu hause ähm auch noch mal eine aufforderung amnese wenn sie mitspielen will kann sie die daten von dir nirgends nirgends jetzt blackberry aber ich glaube so früh am morgen äh ich meine nur weil sie das in meinem fast hatte ja 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 ich mache uns ein bisschen brokkoli ne ja ich habe so viel scheiße bei mir ja mach mal ein bisschen danke ja und ein bisschen kakao habt ihr alpha 20 was schönes vor das ist eine gute frage bis jetzt noch nicht nur nix geplant bei mir ist immer wann kommt das raus habe ich das zeilen ja das ist das also ich weiß jetzt schon so weit die alpha 20.000 definitiv suchten ja ja das habe ich auch vor aber ich muss da noch ein bisschen warten also ich habe dann ab glaube ich ab 10. oder 11. habe ich urlaub dezember und dann wird hart gesucht ja ja also was ich auf jeden fall vorher wenn nordisches wirklich hm ich läuft eine katze bei uns rum nein wenn nordisches wirklich vorhaben sollte mit seinem rp-server wer parkt denn so rp-server dann werde ich da auf jeden fall von vorbeischauen weil es interessiert mich schon mal also ich habe da schon mal irgendwie so ja würde mich schon mal interessieren auf so einem rp-server ja ich werde auch erstmal stunde über stunde versenken das auf jeden fall das auf jeden fall da brauchen wir gar nicht drüber reden ich bin massig überladen massig nein deswegen habe ich mich letztes mal noch leer gemacht aber so projektmäßig habe ich bis jetzt oder haben wir bis jetzt noch nichts geplant als nicht dass ich wüsste also das ist ein trio ne ne aber ich denke mal das wird das auch ort geben ja definitiv hochwertig ich denke mal die wird auch schnell aufs Alpha 20 kommt vielleicht fangen wir mit Pferden weiter zu machen ja ich hab eben nicht gehört sorry was du hast du hast gesagt Frosty du zahlst dir nächste Runde okay ja die Alpha habe ich ein Problem mit von der Alpha meinst du dass die so schnell sind ja die ist die ist schon fertig in der Theorie weil Hörnstorz zum Beispiel hat jetzt die Tage schon mal reinschnuppern dürfen und ab morgen kommt sie offiziell die 3.0 ne genau die 3.0 und ich denke mal die wird auch recht schnell auf der Alpha 20 sein weil die sind jetzt schon dabei zu updaten aber aber das Problem ist ja die Alpha 20 verändert ja das komplette Bausystem von den Häusern habe ich gehört ne kann das sein komplett ja das wird alles überarbeitet also du wirst wahrscheinlich viele Gebäude die du jetzt hier siehst die wieder sehen ja weil weil die äh Blöcke zum Beispiel es gibt nur noch eine Art Betonblock glaube so wie ich das also wenn ich das mitgekriegt habe wow eine Variation Holzblock dann den äh Pflasterstein dazwischen den normalen und den Stahl am Ende die ganzen Zwischenschritte wie die zweite Stufe Holz zweite Stufe Beton und sowas das gibt es alles wow okay ist erstmal so geplant von Nordisch auf dem Server bin ich auf jeden Fall dabei muss man doch überlegen wie und was ich spiele ja das ist immer so eine Frage ne ich weiß was ich weiß was ich spiele ein Mafiosi ha 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 verstehe ich nicht oh ja bombeleger ja bombeleger ja rosti spielt ein Feuerwehrmann das sind die größten Pyromanen ja das stimmt das stimmt ist wirklich so ja ja ich weiß ja 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 die Rolle ist bestimmt noch frei ja definitiv davon gehe ich aus ja ja das ist ja hat er gemacht echt ja der musste echt aufpassen bei dem Der Typ. Wer nicht gehorcht, einfach mit der Heule. Bitte? Wirst du, dann wird er gleich wieder aggressiv. Tötet er gleich wieder Schläge an, weißt du? Ich merke das schon. Ja. Warum liegt hier Stroh? Und einmal das Übliche. Ich hab das hingelegt. Ah, ich, ich. Nein, 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 nein. Ähm, umso mehr Leute, umso besser wird das RP funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hab auch echt Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich hab noch nie RP gespielt. Aber ich hab mir das ab und zu mal ein bisschen angeschaut. Ist schon cool irgendwie. Ja, wir hatten das, wenn ihr die Freundschaftsanträge annehmen würdet. Ach so, ja. Wenn ich möchte, ja. Blacky seine nehm ich an. Aha. Böser alter Mann. Äh, ein bisschen noch nicht mehr. Böser alter Mann. Redest du von dir oder was? Mhm. Apropos, wie ist er eigentlich mit Twitch-Integration? Ach so, ja. Ein Stress am frühen Morgen. Ist geil, wo mir der Kopf steht, äh. Hm? Ist doch alles easy. Keine. Freundschaftsanträge annehmen. Twitch-Integration anschalten. Heiei. Das wär aber mal was noch so zum Eis, ne? Anmelden bei Twitch. Warum versuchst du das erst mal meistens nicht? Ich versteh das nicht. Ich versteh das auch nicht. Ich denke mal, das liegt einfach zwischen dieser Anbindung, zwischen Seven Days und Twitch direkt. Weil das so lange dauert manchmal, bis der da dann an den, äh, Dings, äh, Browser sendet. Alter. Bei mir dauert das ewig grad. Oh, ja, musst du noch mal neu machen dann. Weil das so lange dauert, einfach noch mal machen. Was seid ihr beiden denn? Ich bin in der Schuze. Boah. Morbus. Was denn? Ja, bitte. Ich meinte eigentlich, Blacky ist eben, weil... Ich bin in der Chambay-Fabrik. Und du Morbus. Ich bin daheim und mach Beta, Junge. Ben, da muss ich auch was kümmern. Ja, endlich mal. Ja, ich bring dafür Loot. Ja, ich brauch Fleisch. Rotten Flash. Rotten Flash? Massiv viel Rotten Flash. Können wir hier besorgen. Hier sind schon die ersten Kandidaten. Kommen sie mal her. Ich brauch hier mal was von ihnen. Haben wir eine Rotten Flash daheim? Ähm... Oder hab ich das letzte Mal alles leer gemacht? Nee, in der Küche hab ich... Äh, glaube... Äh, ganz viel reingepasst. Äh... Ich kann immer mit den Tasten drücken. Nein, nein, nein. Ach, hier ist noch. Nimm ich. Nimm... Was hast du gerade gesagt? Nimm mich? Nein, hab ich nicht. Bestimmt hab ich das nicht gesagt. Könnten Sie sich bitte ein bisschen zusammenreißen. Danke. Dieser perverse alte Mann, ne? Dieser perverse alte Mann. Er lässt sein Gefühl in der Küche... Ekelhaft. Wer schießt denn hier wieder? Wer schießt denn hier wieder, hä? Huch, Ruckelparty. Ja, bei mir auch irgendwie alle. Wahrscheinlich sind gerade die ganzen Zombies gespawnt. Ey, das ist ein Nightwatcher. Der hat... Wenn der spawnt, verursacht der einen Fehler. Oh, das ist eine riesige Spende. Jetzt haben wir eigentlich hier einen Waffen. Gibt er eine bessere, als ich hab? Nein. Warum ist denn die Chemway-Fabrik so leer? Warum liegt hier eine Machete und ich hab die nicht? Aha, nein. Nein, schieß doch! Nicht nach dann! Du blödes Dengro. Wer schießt denn da? Sag mal, warum funktioniert mein... Hä, mein... Das Rollen mit dem Hausrat funktioniert eigentlich nicht mehr. Hä? Nein! Ah, was hab ich getan? Hab ich das Messer jetzt gescrappt? Anscheinend. Ja. So ein bisschen Rottenfleisch bringe ich dann auch mit. Ne, ich hab's getroppt. Irgendwas lacht hier gerade. Find ich nie witzig. Witzig. Ja, hier... Ich hab zu... Ah, Ruckel. Haua! Okay. Ja. Warum kann ich das denn nicht? Oh, was ist denn hier los? Ach hier. Alter, musst du erst mal sehen. Das ist ein bisschen blöd gemacht, die Oberfläche. Du siehst nur noch die Hälfte. Hau, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier los? Guck her. Hallo. So. Was denn? Wo denn? Gibt gar nicht mehr so viel Munition dabei, sehe ich gerade. Eigentlich nichts mehr. Ach Quatsch. Halt auf. Haben wir keine... Hä? Irgendwie funktioniert mal, das hast du nicht mehr, ne? Alter. So. Oh, was ist denn jetzt? Ah! Ja, was für eine Hive, Alter, haben wir denn hier, ey? Juhu. Alter, wir haben einfach verprügelt. Boah, was ist denn irgendwie bei mir auf dem Ort? Ich zeig den richtigen Hasen, ja. Na, 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 na. Inwigen, wo man die trat oder sowas? Hallo. Hallo. Schreibe die an. Du freust auch. Völlig normal. Äh, Alter. ioxid곳. Alter. Rottenfleisch hab ich. Hier rumschreit wie so ein Bekloppter. Hallo. Ja? Ich hab Rottenflash, ich brauch Rottenflash hab ich genug, ich brauch Nitrate Alter weißt du wieviel Rottenflash wir in der Küche haben? Ja hab ich doch gesagt Aber du hörst mir auch nicht zu Huch Ich brauch Nitrat Nitrat Was ist das? Aber irgendwie funktioniert Ah das muss ich auf meinem Aufrad wieder Was ist denn los mit dem Spiel hier? Ja das wüsste ich auch werden Was ist denn das? Der ist von der Motor Oh Oh Ganz Wieso? Sind das die Nightwatcher die so komisch glühen? Ja Die hier Da waren grad zwei Es gibt auch Ein Vieh Das war nicht so viel Spoiler Das sieht aus wie Überdimensionale Alien Echt? Ja ja mit acht Augen Das ist ja ekel Ist ja ekelhaft Ich brauch trotzdem Nitrat Was ist denn hier? Ich brauch trotzdem Nitrat Warum gibt es denn hier kein Nitrat? Ich raste aus Du musst wieder den Saft schäuben Ne muss ich nicht Baby Huch Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Und herzlich willkommen Ja Wo ist er denn? Ich höre ja komische Stimmen Morbus Das ist bei dir normal Achso Aua Aua Was ist denn mit diesem scheiß Roller? Willst du mich rollen? Gib Gummi Junge Tja Uuuuh Huch Hallo Schönheits 3 Bautam Schappen was und ich Oh Oh Ich muss gleich den Kopf verlieren Was ist denn mod los? Da ist ordentlich was los Ja Die ist richtig übel E Die ist richtig übel Ja Vor allem Was Aber kein Nitrat ist hier los Das finde ich ein bisschen Er will mich hauen hier Ich glaube ich spinne Er sucht nur Liebe und Nähe Ja, genau, der sucht einfach nur eine Frau Oh, ich hab so aus dem Hunger Ich weiß, dass ich schön bin Ach, du mein Was ist denn hier los? Ich hab noch 44 Nisrase Ja, ist besser wie nix Wer stellt hier einfach das Eisen mitten in den Weg? Ich ausraste Ja, 100 pro Ich bin an allem schuld Nicht an allem, aber zu 90% Und was ist denn da hinten? Da ist doch Nitrat, oder? Ist das Nitrat hier? Ja, Nitrat! Oh, die hat Bock Die hat richtig Bock Ah, ich hab keine Emotionen, warum denn? Ach ja, wir hatten ja heute Nacht Ich hab keine Munition mehr Hallo Ih, kannst du mir die Fingernägel schneiden? Schaut ja widerlich aus Also wenn er Action haben will, geht in die Chemie-Fabrik Das sind mindestens drei Ich hör's, Alter Was war das? Was bist du denn? Ja, bist du? Wo sind denn da? Oh, oh Ich sterbe gleich Oh, 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 oh Komm her, Komm her Komm her Komm her Ich zieh dir eine was ist das ich habe noch gar keine helm licht ich fand er rolle ja natürlich muss ein bisschen was für die umwelt tun das finde ich jetzt aber nicht so knackig diese stimmen überall das ist sehr abartig ich bin ja mal in der alpha 3 gelöst moin bailey schönen guten morgen hi na alles gut bei dir wahnsinn alles gut damit selbst ja auch alles was schon stimme ist wieder da zu 90 prozent von daher finde ich auch nicht okay fand sie ganz schön muss einfach wieder mehr rumschreien ich muss einfach auf der arbeit wieder mehr rumschreien dann kommt die stimme schlagen erst mal hier oben das zeug ich glaube das ist der hier wenn du den siehst der ist gefährlich der mit diesen hörnern hier das blitzer ja es gibt welche die haustür an und die setzen sich unter strom obwohl das tot ist also wer sich geblitzt wenn ich schnell fahr wie war der eine witz warum macht die frau nach dem sex ein foto im bett jetzt so schnell es wird geblitzt wundschräumen ich hatte nämlich auch gedacht ich habe einen aber ich habe keinen verpasst ja ein bisschen leben hier mit ich habe auch nichts mitgenommen oder sonst wird man für schnelligkeit belohnt ja man kann es aber auch kein recht machen es ist echt da werden für die punkte abgefahren sonst sagt die frau jetzt machte man schneller und dann da ist nicht erwünscht sehr gut wer will noch mal was noch nicht kommen so rennen kommen so ran können sie einsteigen und rausschauen nein ich werde gemobbt werden weil ich was nein aber auf der sächte nicht ganz viele zombies in der küche unten war ich glaube ich das letzte mal schauen also sehr nah ist so mit buddeln immer ein bisschen gibt es neue befehle dann kommt auch scheiße eine ausdrucksweise schon wieder am frühen morgen ich habe mich verlaufen also wie immer noch ein bisschen leben noch ein bisschen deswegen macht er geht wenigstens niemals die munition so ich muss heim wir essen zeitig wir lassen hier einfach so mittendrin friedhof stehen ich muss einmal aus habe ich noch tabletten ja hallo dazu ich bin schon irgendwo oben ich habe mich mit dem gebäude nicht aus und dann lassen sie hier unten so viel zombies rumlaufen der hier oben sind ich hier nicht gerade weniger ach so weißt du ich muss mich hier wieder um die um die bude kümmern und die haben wieder ihren spaß draußen ne ist wie immer ne ich sehe ich das spielst du es da ey ich muss einmal energie haben so so hoch Huch Oh jetzt sag doch Was ist denn los Ahh ihr"! Keine real packets mehr das ist natürlich doof äh ich muss laufen wieder Oh man ey Ey ich bin ja soaer durcheinander durch arg Was ist hier für'n Lärm? Richtig arg. Ja. Das hört sich nicht an. Juhu, hallo! Ne, können sie nicht. Ach, ernsthaft. Geh doch weg. Das andere ist grad runtergefallen. Warum bleibt der stehen? Hör mal auf einmal wieder her. So. Jetzt wächst hier schon mal wenigstens ein bisschen was. Wo bist du denn nach oben gekommen? Ähm, in der zweiten Halle ist eine Treppe nach oben. So eine Metalltreppe. Die Richtung, wo du jetzt bist. Also es gibt zwei Hallen. Ah, ja. Da gibt's nur einen einzigen Weg mehr. Das hau'n wir hier rein. Ah, ne, warte mal. Ah, doch. Hier war's so schön überall, ja? Jaja, genau. Du kommst jetzt von da. Ah, ich seh, ich seh. Werkzeug. Ähm. Da, links von dir ist eine Tür. Oh, na. Da haben Hunde. Ja, links von dir ist eine Tür. Zeig. Pack das mal hier rein, damit ich nachher noch mehr Bete machen kann. In dem Raum war ich schon. Und dann kommst du hier zu mir. Und da haben die Köter. Da ist auch ein Bärwolf bei. Die müssen mal weg machen. Was denn hier rum? Ah, da haben wir ja durch, ja Penner. Weg ist er. Hast du Raum? Er will nicht. Ist sonst irgendwas? Ne, ne? Haben wir noch Munition? Ah. Ja, wir haben nichts mehr. Ist ja doof. Oh nein. Das ist ja ein bisschen doof. Bett kann rüber. Leere Gläser. Oh, mein Freund. Es gibt hier Schleppseltes. Kann man mal mitnehmen. Zum nächsten Wasser. Noch einer. Ja, hier ist noch einer. Ja, hier ist noch einer. Ein normaler noch. Und ein Bärwolf. Komm doch hoch da. Oh, oh. So, ey. Zack. Westlichen Steine. Hä? Mal ist auf der Seite mal auf der. Jetzt ist er nirgends von mir. So, die Beete können hier hin. Das brauchen wir alles. Hier sind noch Samen. Samen. Wir haben aber auch eine HP-Zahl, ne? 1.200. Wackel nehmen wir mit. Ach, laden. Das haben wir, das haben wir. Die Kohle nehmen wir mit zum Verkaufen. Das wird noch gegessen. Guten Morgen. Was mache ich denn noch? Noch ordentlich. Okay. So. Ah. Lalalalalalalalalala. Komm her. Es wäre gut. But für mich mal geliebigt. Um alles zu sein. Hä? Ach, wirklich mal. Wir dauern Tracy. Es basier吗. Nein. Wir werden auf denаны Horizon getrennt. Verpacken die 가지. Haben wir ja jetztTräum oder spike die Spiele. Da gibt eigentlich. Vielen Dank.